So, Frau Nettler, Sie waren vor dem Juweliergeschäft und haben den Raub gesehen, richtig? Ja, genau. Ich bin immer noch sehr aufgeregt, wissen Sie, dieser Mann... Sie haben einen Mann gesehen. Was für einen Mann haben Sie denn gesehen? Einen großen Mann, so etwa 1,80 Meter. Er war kräftig und hatte einen Mantel an. Was für einen Mantel hat er getragen? Einen langen, dunklen Mantel. Welche Haarfarbe hatte der Mann? War er blond oder hatte er dunkle Haare? Er war blond. Alles klar. Frau Nettler, hier habe ich ein paar Fotos. Eventuell erkennen Sie den Mann wieder? Welcher Mann war das?